Seit Jahrhunderten beschäftigen sich Philosophen mit der Frage, ob der Mensch sein Handeln selbst bestimmen kann oder aber ist das Schicksal unausweichlich? Nun, seit Corona wurde diese Frage für mich hinreichend beantwortet. Unschuldige Menschen werden vor Gericht gezehrt und abgeurteilt. Wenn ihr mich bei meiner nächsten Gerichtsverhandlung moralisch unterstützen möchtet, dann erscheint bitte zahlreich am Freitag, den 22. September, also übermorgen, vor dem Amtsgericht Düsseldorf, Werdener Straße 1, zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr. Ja, ich wäre euch für diese moralische Unterstützung sehr dankbar. Also, bis dahin. Ciao.